ein herzliches willkommen liebe clasher ich bin es mal wieder euer thorsten nach anderthalb wochen abstinenz nehme ich mal wieder ein video auf es lag einfach daran vorweilern nachtliche zeit viel zu tun viel zu arbeiten andere faktoren spielten natürlich auch noch einen grund keine lust oder auch kein bock irgendwas aufzunehmen teilweise hatte ich dann auch keinen rechner weil ich mir ein neues maschinchen zusammenbauen musste und dementsprechend konnte ich auch nichts aufnehmen ich hätte zwar was aufnehmen können aber das wäre dann auch nicht so gut gewesen ich jetzt dann eh später wieder anders spielen müssen aber ich streame heute mal vom tablet wieder da ich euch dann ein bisschen mehr zeigen kann es hat sich einiges hier im spiel getan von der oberfläche her ist gibt es kleinere veränderungen die ich sehr fein und sehr schick finde wir haben hier neu im spiel das wisst ihr sicherlich die sogenannten events es gibt jetzt also immer wieder ein event zur zeit läuft noch das boost event das heißt man kann alle ressourcensammler boosten egal ob elex gold oder die dunklen bohrer je nachdem wie viel man hat zwei bei rathaus 9 3 bei rathaus 10 und rathaus 11 rathaus 8 hatten dementsprechend auch zwei allerdings auch level 3 vielleicht lohnt es sich da nicht nicht so wirklich weil die ja doch dann relativ schnell voll sind und da ist es verschwendung von games wir haben hier also zur zeit auch ein santa special das heißt man kann wenn man hier in seine zauber geht dann sehen wir hier dass wir hier so ein santa surprise haben also so einen flächenschaden zauber der ganz nett ist mit seinem animierten schlitten mit renntieren der dann über den bildschirm rast finde ich ist ein gutes gimmick selber habe ich den ich glaube einmal gebaut einmal benutzt es gibt oder es gab ein hockreiter event das heißt hockreiter haben nur ein eine handvoll dunkles gekostet nämlich sieben und man musste ich glaube bei rathaus 10 10 hockreiter einsetzen bei rathaus 9 1 9 und drei multiplayer games gewinnen man bekam satte 30 diamanten kaum zu glauben und also oder juwelen sind es ja hier und man bekam 300 ep dafür das nächste steht uns in 15 stunden bevor das second day of clashmas und in zwei tagen haben wir auch ein army boost das heißt ich weiß noch nicht wie lange das event dann ist man kann er seine armee lager boosten oder auch sein helden boosten alles für ein game finde ich sehr nett diese ganzen event geschichten viel schicker finde ich allerdings dass man jetzt sein profil wenn man sich anguckt hier sieht und nicht mehr hier rechts irgendwo klicken muss man sieht also hier relativ gut auf einen blick was ist eigentlich noch offen was habe ich schon gemacht was habe ich geschafft genau so sehe ich das natürlich jetzt bei jedem anderen den ich mir angucke hier habe ich mich jetzt gerade verklickt das ist sein profil ja hier sehe ich also relativ schnell auf den blick guter spender schlechter spender und so weiter manchmal macht man sich ja auch bild von denen wenn man wenn sie so im klankommen was ich auch sehr sehr gut finde ist dass hier oben rechts jetzt nicht mehr unter den lagern steht maximal kapazität sondern muss einmal aufklicken damit man das dann oben einmal sieht was ist eigentlich max hier und bei den juwelen kann man das natürlich nicht machen die bauarbeiter sind so geblieben sie sollen angeblich jetzt etwas besser beurteilen können was man am sinnvollsten weiter baut finde ich auch ganz nett sonst haben wir hat sich ja eigentlich nichts verändert man kann jetzt klar nachrichten jede stunde schreiben das heißt man kann hier eigentlich relativ stark rum spammen machen wir in der regel gar nicht weil wir vermutlich noch die zwölf stunden gewohnt sind und so viel haben wir uns gar nicht zu sagen viele kennen sich ihr seht selber moment sind wir 50 50 wir sind also pickepacke voll haben jetzt echt ich glaube vorgestern ist der letzte mal gegangen nach einem ck oder während eines ck und im moment haben wir eine richtig richtig gute truppe zugange unser war lag ist auch wieder richtig schön grün das heißt ich habe die letzten vier oder drei klankriegen glaube drei waren es nicht mehr mitgespielt weil meine queen am leveln war und ich auch nicht so viel zeit hatte die ck angriffe sauber zu planen und ein bisschen hier mitzuwirken wir sind selber in vier minuten ist meine queen auf 33 fertig und ich habe relativ viel dunkles wollte aber ein shoppaket in anspruch nehmen ihr seht selber für schlappe 1999 100.000 dunkles zweieinhalb tausend games und 100.000 von den beiden anderen elixieren also gold und elex für 20 euro ist echt ein guter preis dass das werde ich auch machen es gibt hier übrigens zur zeit auch sogenannte backs of games das heißt also clan gifts oder clan geschenke wenn man hier also ein 20 euro verkauft dann bekommt man zweieinhalb tausend games und 20 games each member für 20 clan mails sie tauchen dann hier im chat auf so kleine boxen die kann man dann einsammeln und bekommt quasi games geschenkt finde ich eine ganz nette sache wenn man die pakete so in anspruch nimmt ich nehme es jetzt leider nicht weil ich mir doch das andere paket gönnen wollte und meine queen direkt wieder hinlegen wollte in der woche was ich an den anderen sachen weitermache weiß ich noch nicht ich denke mal mit dem was ich dann über habe werde ich ein paar mauern machen die kosten ja jetzt auch nur noch drei millionen auf rathaus level 10 und wir haben aktuellen clankrieg da muss ich euch hier den wahrscheinlich epischen kampf ever zeigen nein natürlich nicht der crazy hat hier ein bisschen glück dass er wirklich hier im rathaus ich glaube fünf ist es erwischt hat und ja hier tatsächlich einfach mit so ein paar hawks reinkommt hier gibt es nicht so viel def er hat die hog rider auf 3 ist sein erster ck und dann ist natürlich so eine base warum er da den king verloren hat weiß ich auch nicht habe ich jetzt nicht darauf geachtet ist das natürlich schon eine relativ starke opfer base sind leicht verdient drei sterne aber ich denke mal crazy wird noch ein bisschen mehr zeigen müssen von sich aber er scheint sehr engagiert zu sein so zumindest was ich mitgekriegt habe und wir haben auch zwei neue rathaus 11 das heißt das stimmt nicht wir haben drei neue rathaus 11 der daywalker ist mittlerweile rathaus 11 der olig ist rathaus 11 geworden und wir haben noch ein 11 dabei der ist aber nicht im ck dabei das müsste unser slim sein der auch schon rh 11 jetzt ist das heißt wir müssen auch ein bisschen mit unseren 9ern auf 10 hoch gehen je nachdem wie die neuner das denn wollen wie hoch sie ihre helden maxen wollen das dauert dann ja auch immer ein bisschen und die die ich mir letztendlich vorstellen kann sind vielleicht flashloops oder auch wo ist der avatar vielleicht muss man mal gucken ich denke mal die leute wollen doch ihre helden relativ hoch haben bevor sie dann aufs nächste rathaus level gehen und weil es ja doch ein bisschen viel arbeit ist und auch im ck will man ja noch so ein bisschen was holen vielleicht kann ich noch einen angriff zeigen live tut sich ja hier im moment nichts dann gucken wir uns den zwei sterne an von ragnar da schauen wir mal rein was er hier gemacht hat typische heiler hock und bowler konstellation eigentlich gut begiftet auch gut in die base reingekommen die base ist auch gar nicht mal so stark maxed ich denke mal er hat einfach ein bisschen pech gehabt mit den hocks und mit dem king der den hocks da immer über die gesamte base folgt das ist hätte ich mal so gesagt das irgendwie zum kotzen weil wenn man auf den king selber klickt da hat er gar nicht so eine große range und der flitzt den ja ohne ende nach ist aber hier an der stelle jetzt noch nicht so tragisch im ersten fight nur zwei sterne zu holen wir sind sicherlich etwas besseres gewohnt aber das wird schon die base kassiert drei sterne ganz ganz sicher und der ck von den bases her von den vergleichen her sieht auch wieder ganz entspannt aus da schauen wir mal oh wir sehen es gerade upgrade completed queen level 33 dann würde ich sagen ich mache gleich mal einen angriff mit meiner queen und werde noch ein bisschen rumfarmen im moment farme ich ein bisschen lazy ich brauche ein bisschen elex in ein paar tagen ist mein viertes armehlager fertig ich muss dann noch zwei armehlager fertig machen die da habe ich extra ein bauarbeiter extra nur der die ganze zeit nur alle mehlager macht dann habe ich das hinter mir und kann eigentlich dann den rest der zeit immer schnell und günstig truppen bauen günstig nicht aber schnell truppen bauen und habe nicht so eine massive wartezeit wie jetzt jetzt dauern die truppen ja doch ein bisschen länger weil ich immer eine kaserne weniger habe das heißt die elex truppen brauchen immer ein paar sekunden länger pro pro truppe das macht sich dann schon bemerkbar bei den dunklen bin ich durch da habe ich beide kasernen auf max level das heißt also gerade meine bowler die ich doch sehr häufig im ck benutze sind relativ schnell da auch wenn ich sie spenden will habe ich immer schnell 5 6 stück gebaut und will mal schauen dass ich hier relativ einfachen gegner mal finde ich habe ja auch nicht so eine starke armee jetzt dabei dunkles wie ich eben gesagt habe brauche ich nicht unbedingt weil ich gleich noch 100.000 dabei kriege dann habe ich 233.000 ich glaube 170.000 kostet die und das ist eigentlich so ein gegner hier den ich einfach mal mitnehmen den mache ich auch ganz lazy setzte einfach ein paar riesen nehme so ein paar kobolde hier hinterher die mir einfach nur die lager ein bisschen leer machen und dementsprechend komme ich hier ganz einfach an die bohrer ressourcen dran da mache ich auch gar kein affen hier da ich die nächste armee sowieso schon wieder am start habe gucken wir mal die sind ja wirklich echt flink die kobolde ich nehme die wirklich sehr gerne zur zeit weil da lässt es sich echt geil mit farmen muss ich sagen jetzt gucken wir mal gleich wo wir noch ein bisschen dunkles holen können ja ich weiß ich habe ja gesagt wir wollen ja eigentlich gar kein dunkles holen aber trotzdem und gucken wir mal haben wir ja noch so ein paar von den jungs so ist der andere bohrer dass der rathaus 9 den bohrer haben wir auch der andere bohrer ist glaube ich schon weg dann nehmen wir doch einfach unsere restlichen riesen was haben wir hier noch drin ach auch noch ein paar riesen die nehmen wir noch mit machen wir vielleicht noch einen stern so einmal die super neue queen auf 33 bevor sie dann gleich auf 34 hoch geht die können sich noch ein bisschen was schnappen dann habe ich sie alle verbraucht auch gar nicht so fürchterlich viel prozent jetzt machen benutze jetzt auch kein zauber weil ich auch nicht unbedingt auf eine liga aus bin oder so sondern das machen wir ganz easy hier die zimmer mal mal schauen ob es noch ein bisschen richtung rathaus geht ist ja eine base die doch eher offline ist gucken mal die riesen sind noch ganz gut am starter das sind meine clan druck riesen auf 8 aber die queen geht aufs rathaus dann dann sollt ihr das rathaus auch machen dann kriegt ihr nur ein kleines bisschen beschuss vom kleinen magerturm die paar riesen kümmern sich um den tesla und dann brechen wir das einfach ab aber erst den stern geholt ganz easy peasy 250.000 von jedem bonus interessiert mich nicht liga interessiert mich nicht ich würde sagen ich mache mal weiter videos dass ihr mal wieder ein bisschen auf den geschmack kommt und ich vor allen auch wieder equipment ist wieder am start und dann würde ich einfach sagen ich verbleibe euer tuto clasht